hallo und herzlich willkommen zu der zweiten folge von pokémon ganz zum anfang öffne ich erst mal direkt wieder eine box hast du noch eine box und noch mal 20 pokémon gold eine small box hatte ich noch kampf ich habe eine neue attacke also keine attacke aber eine neue oh mein gott man sieht ja übelst die die informationen alter wenn man drauf bleibt wenn man auf den attacken drauf bleibt ja wenn man ausprobieren base power base power base power worte gern das macht aber mehr schaden dann hier drauf boom ausgelöscht ich möchte direkt ich tun mal meine neue attacke ausprobieren schauen was es ist ein pokémon ist nicht level 6 oder als level 6 doch gedacht das wäre level 8 gewesen alle ganz so an welcher kann man sagt okay was ist eine attacke aber eine schlechte und ich krieg selbst an ihn ist hat mich angegriffen ich glaube ich mache einfach einen normalen scratch das reicht jetzt als die attacke die jetzt noch an die war schon gekillt dein attacke hat gemisst ich habe mich schon gefragt weil du hast angegriffen die wollen wir fangen und keine starke attacken ja ich mache meinen razer lief was beide schaden macht ja nicht machen es macht bloß die scratch ne ja wahrscheinlich machst du beiden attacken schaden das war es bis jetzt immer so Ali mach am besten hast du eine attacke wo du nichts machst die erste attacke muss leer sein hast du die du willst du willst jetzt fangen schon versuchen jetzt schon bei halbem leben mach ich pokémon oh lol du killst das eine und fängst das andere gg Ali jetzt mal ohne witz ich hab nicht gewusst dass du so viel schaden mag das war eindeutig mein pokémons ah da haben wir direkt das nächste für mich und sogar level 4 gönnungen gönnungen höh Leute was sagst du denn meiner zweimal angegriffen ja auf das rechte ja das linke ja ich tu das rechte fangen versuchen der jetzt schon level 4 aber es sollte mit dem leben noch gut gehen jawohl boom 3 lächerlich und es geht auf mich ach ja das war es komplett scratch auf deine mutter rein da ich finde es halt wie gesagt bis ein schall das immer dieselbe animation ist ja wie meinst du das ja weil die mit jedem angriff die selber animation machen ach so ja das stimmt ach man bist du mit drin im kampf ja nein bist du nicht bei den einzelnen kampf aber du hast auch in der kampf 10 schaden weil da habe ich ratzfratz schon gefangen hast du das bei dir in den pokémons drin ich weiß nicht wo sie wo ist noch meine wo habe ich meine pokémons einfach unter pokémon da unten links pokémon ähm pitche ne habe ich noch nicht fangen boom gefangen dega mein viertes pokémon geilo ich habe jetzt haben wir alle pokémons gefangen die wir bisher gesehen hier gesehen haben oder hier hoch ja ich noch nicht hier könnte man sogar kate einsetzen das lässt die bloß hier das umgehen ja ja trotzdem nicht cool dass sie das auch eingebaut haben dass man kata umgeht mit kate was umgehen kann bist du mit drin im kampf hoffentlich gut aha zwei cent red oh das beiden sieben schaden macht das ist geil sechs schaden alter ja gut die gehen beide auf dich was machst du den linken höchstwahrscheinlich das ding ist man weiß nicht ob du immer sieben schaden machst eben nicht aber das vier ach ne ja das sind beide down jetzt perfekt ich habe gedacht drei schaden reicht nicht wegen der lebensanzeige boom dann hoch zum pokémon wurde ich zurückgesetzt wohl der nächste kampf ich weiß jetzt schon was richtig geil wird in diesem äh spiel äh wie heißt nochmal dieses item dass man nicht mehr angegriffen wird was man einsetzt in höhlen damit man meistens in höhlen nicht mehr angegriffen wird weil es voll ab vollen fack abfuckt aber dann müssten wir beide glaube ich einsetzen das könnte sein ja oder du musst dann immer alleine kämpfen das habe ich keine ahnung äh was machst du rasierklinge wer war denn jetzt nochmal wer soll das effektivste der war das mit dem vielen leben ja ich kann ja noch köln perfekt so da und jetzt können wir endlich kriegen wir endlich bald diesen pokéball den position was ist da rechts gar nix gar nix wirklich kacke jetzt bin ich schon so weit nach rechts oha also bei diesen fischern setze ich keine wasser attacken mehr ein die sind einfach nur kacke gegen die vier jahre also ich möchte nochmal anmerken als du ja du bist echt viel äh useful als ich als gegen diese pokémons zumindest ich mach die werden fast alleine ja die da machst du echt viel mehr schaden bei den viechern muss ich wieder nach rechts gehen alter oh wir haben es geschafft wollen wir direkter hoch oder was ne hoch ist glaube ich falsch ja ich glaube das ist falsch wir müssen gleich ich glaube auch oh mein gott was gibt es denn hier du gehst trotzdem weiter mhm gg ja ich möchte kurz gucken ob das wirklich so ich rede aber einmal kurz mit officer smith du bist du das auf route 60 46 zu den north siehst du man kann die sogar einfach nachfragen wo es hier hingeht ali aber ich will erstmal mit fruizia reden ja sag mal wenn du was bekommen hast ne hab nichts bekommen aber irgendwo heilen wäre schon geil kannst du laut sagen schon ne oh da geht es aber wieder runter ne macht keinen unterschied was ist was ist hier hinten unten nix mir egal ich glaube das einfach straight zu ich grad so hast du nicht samantha gesehen doch ich wollte einfach straight zu ihr stock kurz laufen ah ne ja ich hab gedacht vielleicht gebt ihr euch was ja bestimmt ich will es kämpfen aber ne ich will erstmal mit pokémon hin wo bist du denn einfach straight oder was ja hä was ist jetzt passiert hä mich hat so ein pokémon angeredet mich auch zunächst pokémon shop pokestop soll ich sie bringen ja wir reden mit keinem geh einfach nur dahin gehen ok gut ja ich würde doch meist möglichst genau das gleiche machen wie du wo sei ich jemand von uns in unserem aufnahme channel und wir nicht was so jemand bei uns im tsm aufnahme channel ist und wir nicht ich habe keine ahnung kann ich ihm danach mal kurz fragen ja relativ egal mich wundert das nur quest completed ok ich warte dann hier gell du wirst mich sehen ich stehe mitten im pokémon da und öffne jetzt die box oh das ist eine normal box bitte puket gold puket gold 50 puket gold und 1100 puket dollar ja geil 100 puket dollar nesbal und max eser du hast noch kein puket gold bekommen ne ich spreche mal hier mit alvin vielleicht hat der was für mich ne hat er nicht ich schau mal kurz hier hoch es gibt oh da oben ist noch benito sieht aus wie ein japaner darf man noch mal kurz in die andere route rein in welche andere route du meinst wieder zurück ja ja weil das sind bestimmt einige sachen die wir noch nicht gesehen haben mir fehlt da noch ein pokémon in der nächsten folge schauen wir uns wahrscheinlich kurz die stadt an ok oder weil hier haben viele leute mit denen man quatschen kann und so ein scheiß wo bist du denn jetzt ah du bist im bett kann es sein ja gerade ich möchte mir einen ratzfatz fangen äh du willst es fangen ja eins also mach hier eine etwas leichtere attacke auf das linke Viech oh mann ja ich töte eins von denen oder? ja passt doch und ich fang mir nichts was übrig ist ok gut ja dann mach ich jetzt ne attacke leer dann mach ich gar nichts gut dann haben wir beide jetzt 5 pokémon ne ich glaube ich kann sogar nicht fangen was tot ist das wäre lustig weil das geht im normalen pokémon nie obwohl das eigentlich voll schlau ist eigentlich schon mal es kann sicherlich mehr werden ja genau äh wo bist du denn? ah da unten bist du lol ja aber uns fehlt noch ein pokémon wir haben noch ein pokémon nicht gesehen echt? ja ja wo siehst du du hast mir immer noch nicht gesagt wo man das sieht unter der map unter der map unter der map äh gegen taub sie macht dieses wasser ding immer so viel schaden genau und deine machen gar keine schaden also fast keine bin ich viel boom 9 direkt 9 ist aber auch eigentlich relativ schwach ich habe schon 13 geschafft ja du machst wieder rasierding ne? ja und ich glaube ein scratch würde dann reichen für das andere das eine ist down das andere noch 6 ja das reicht locker 4 genau perfekt ja äh 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 unter der map ja unter der map ach der radar ja äh taub sie ratzfratz und zentritt ah stimmt eins ist ohne vor ohne vor höh ich habe auf dieses symbol geklickt und dann kam ein kampf und ich habe mir gedacht hä was ist jetzt los ja ja das war gerade richtig ähm ja das hat genau gepasst ah das ist mega geil er warte aber wenn es da fluss 3 gibt warum haben wir dann habe ich dann bloß 4 pokémon ich habe gedacht ich habe 5 ok ok ja komisch aber ich krieg immer auf die schnauze ja doch ich habe 5 pokémons ja das stimmt wir haben jetzt jetzt andere pokémon wir haben dieses hopp ja vielleicht ist es das glaube ich nicht glaubst du nicht ok ja da kann man sich ja direkt hier auf der ersten rute direkt ausrüsten komplett mit pokémon das hast du immer gekonnt ich glaube nicht so besonders stark ja keiner ich habe mir doch immer glaube ich 1 oder 2 ne ich glaube ich habe mir bloß 1 pokémon immer gefangen es war immer taub sie die der stadt wo wir jetzt dann sind müsste es wenn es wie im normalen spiel ist ich kann nicht ich kann nicht angreifen ich kann nur leer machen lol auf jeden Fall wenn es genau so ist wie bei hartgold wo ja die joto region ist du wirst jetzt den knuffenserturm gehen und bei knuffenserturm im alter da gibt es auch viele licht pokémon äh nicht licht sondern unheil pokémon im knuffenserturm gibt es ein nebo sagt ihr fertig komm mal mit ich werde mich jetzt weiter nach oben gegangen weil ich glaube hier unten gibt es die ich glaube oben weiter oben bei der rute gibt es den vielleicht ein bisschen mehr ich weiß nicht könnte sein ich habe noch einen Angriff gelernt Päuschen oder ok so warte dann ist das jetzt schon eine vierte Attacke die du gelernt hast ich noch nicht ja du musst also du musst also dafür müsstest du jetzt musstest du eine Attacke wieder entleeren ne beide gehen auf mich ey das ist jetzt schon ein bisschen frech ich habe jetzt vier Angriffe ach Rasierberg geh du auf das volle ja ja ich weiß schon das kann ich mir schon denken komm schon jetzt ein schöner 13er Hit komm schon neuner belastend schön scratch ich finde es interessant dass unsere pokémons auch gleich viel leben haben ja weil wir auch gleich ein level sind das ist immer so glaube ich oder äh wir haben verschiedene pokémons ich habe gedacht die anfangs pokémons waren immer gleich ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung ich habe keine Ahnung also hier müssen wir auf jeden Fall weg hier gibt es nur taubsees ja ich würde noch mal kurz zum healen gehen ja ja wir können nach dem healen können wir noch wohin gehen und dann können wir dann ist fast schon die zweite folge vorbei leider 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 ja du machst jetzt wieder wahrscheinlich ding ne ja ja am meisten sind genau komm schon jetzt ein schöner 13er Hit 12er ja reicht ja 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 nochmal schnell zum healen aber wie lange ich kein kein richtiges pokémon mehr gespielt habe blö du ja nicht aber ich paar wochen her ich habe mir einen emulator auf dem pfd drauf geladen ja aber mittlerweile ist es gar nicht mehr so leicht der heilen dankeschön von dir was hat er denn hier für ein sky im zeichen die hast du schon länger die haben wegen hast du wegen der quest bekommen in cherry grove city aber das machen wir aber nächste folge jetzt gehen wir erst mal hier wir gehen nicht hier ein beginn hoch so weiter hoch hier nein taub sie ihr blöden taub sie ist auch super dass wir wieder ausgleiche auf die andere ding machen ali macht du bitte jetzt mal rasiert dann kann ich das stärkere pokémon direkt köln das stärkere ich das direkt jetzt ist gut wenigstens die attacke jetzt ein bisschen gleich verteilt was hat denn anna zu sagen dann habe es dann nix nix drauf gibt es hier aber die gehen wir mal hier runter oder schon jetzt blöde taub sie ist alter gibt es von euch so viel oder was viel zu viele taub sie ist hier ojojo erstes direkt da und ich habe es gekillt du hast gekillt da mache ich scratch auf das eine und du machst wieder deine attacke jetzt gehen wir mal richtung stadt würde ich sagen oder was was du bist hoffentlich dabei ah nein jetzt hat es nicht nach nach taub sie es aus und dann ist sowas aber noch gar nicht gefangen das dann klar ja ich habe nicht gefangen doch was hast du letztens erst gefangen mit mir davor uns beiden fehlt nur noch das eine das ist jetzt auch fünf pokémons was ist sie mit diesem einen pokémon falsch mit dem aber hiermit beende ich dann die zweite folge tschöö